Hallihallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 5. In der letzten Folge, die circa zwei Tage jetzt her ist, denn gestern kam keine Folge, hatten wir probiert im Auftrag von Herc Drubman Senior die Straße hier zu säubern, um so ein bisschen seinen Wahlkampf zu beschleunigen oder zu verbessern. Und das hat man probiert, aber nicht geschafft. Und das würden wir gerne heute nochmal probieren. Oder ich möchte es nochmal probieren. Ja, mal gucken, ob es diesmal besser klappt. Ich habe vielleicht diesmal wieder ein bisschen mehr Geduld, denn ich war ja im Urlaub, falls ihr das verfolgt habt. Und das hat keiner gesehen. Doch, das hat einer gesehen. Oh, Scheiße. Ja, als ob die mich sofort sehen von da hinten. Kannst du mir nicht erzählen. Mist, er ist nach links rum. Nein! Das war knapp. Oh, das war auch knapp. Egal. Erstmal taktischer Rückzug. Das war wieder ein richtig toller Start. Genauso wollte ich das nicht haben. Ich habe nicht gesehen, dass da noch einer in den Ruinen rumstand. Der hat den natürlich dann gleich umfallen sehen. Und ja, was ich immer ein bisschen blöd finde, ist, dass wir sofort wissen, wo der Schuss herkommt, wo das mit einem Schalldämpfer war. Du kannst nicht sofort lokalisieren, aus welchem Quadratzentimeter der Schuss kam. Das können die mir nicht erzählen. Vor allem, dass die so blöde Hinterwäldler hier, die können doch nicht mal ihren Namen buchstabieren. Und dann können sie mich aber orten wie so ein Sonargerät. Aber naja, solange der Heli nicht kommt, ist noch alles gut. Die watschen jetzt alle darüber. Und dann könnte ich sie eventuell... Ich höre die Geräusche der Peggis und ihrer tödlichen... Guck mal, was die da alle machen, Leute. Nein! Ich stehe noch dran vorbei, ich Horst. Ich hoffe, dass die nicht aus Versehen was hoch ist. Was mache ich denn, Leute? Ja, ja, da kommen jetzt die... Kommt her, ihr nehmt das. Hat nicht geholfen, oder? Wursch. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen im Arsch. Ja, alles klar. Das fängt wieder gut an. Ey. Ich hätte gerade richtig Bock wieder auf das Spiel, ne? Vor der Aufnahme. Und jetzt bin ich schon wieder so ein bisschen ernüchternd. Nüchtert. Aber... So ist es nun mal. Ich hab's verkackt. Wow, die sind geflogen. Das ist gut. Da kommt noch so ein Autochin. Wir hatten das ja fast geschafft in der letzten Folge. Aber nur fast. Und dann sind wir noch... Nämlich so blöd gestorben. Ich weiß gar nicht mehr wie. Ich hab noch keinen Sprengstoff mehr, ne? Nur noch Mollys. Das ist bescheuert. Bescheuert. Eventuell. Muss ich nochmal hier ein bisschen rumwatscheln. Und von der Seite angreifen. Okay. Nur Ruhe. Nur mit der Ruhe. Wir schaffen das. Der ist schon mal weg. Woher er hin? Naja, rücke vor. Mach das mal. So, der ist auch weg. Der ist auch weg. Sehr schön, Leute. Ich bin grad mal ein bisschen ruhiger. Die ist auch weg vom Fenster. Der da unten auch gleich. Jo, der ist auch weg. Sehr schön. Warum hab ich den getroffen? Verdammte Scheiße. Ich hab nur noch... Nur noch keinen Erste-Hilfe-Koffer mehr. Das ist schlecht. Aber irgendwie schafft man das schon. Gut, der ist auch weg. Da unten ist noch jemand. Im Auto wahrscheinlich, oder? Kann das sein? Ist das im... So, der ist auch hinüber. Da kommt noch ein Sniper. Aber das lief doch schon mal ganz gut, oder nicht? Das war schon okay. Wir leben immerhin noch. Wir haben zwar keinen Erste-Hilfe-Koffer mehr, aber wir leben noch. Ey, warum? 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 Als ob er wegen dem Schild überlebt hat, der Typ. Jetzt bist du dran, Mann! Nee. Alles klar! Die hat auch nur aus Reflexgrad geschossen. Die konnte mich noch gar nicht sehen. WTF? Was war das denn jetzt? Okay, die muss ich mal plündern am besten. Dann kann ich ein bisschen Munition wieder aussammeln. Aber jetzt müssen auch gleich die Helis kommen, oder nicht? Kann ich mich eventuell mal auf das Geschütz schwingen, hier von dem Auto? Das wäre doch eine Möglichkeit. Oder? Ja. Dann kann ich gleich mal, oder gerade mal nach vorne. Und mich bereitstellen mit dem Auto. So. Ich stelle mich mal hier hin. So an den Rand hier. Wird das getriggert dann? Nee. Muss nochmal näher ran. Oh. Entschuldigung. Komm schon. Triggers. Warum triggert er das nicht? Ah doch, da vorne kommt, glaube ich, was? Schnell aufs Geschütz. Dann sind wir bereit. Kommt her. Ihr miesen Hunde. Na los. Da kommen wahrscheinlich gleich welche angelaufen. Das sind, glaube ich, Fußsoldaten. Ja, komm ruhig hier. Ich bin bereit. Na komm. Kleiner Schmutzfink. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Mann, jetzt beeil dich doch mal. Wo sind die denn? Ach komm. Nochmal vorne rein und los. Wir sind umfahren hier. Wow. Ja gut. So ist, glaube ich, besser. Beeil dich, Mann. So, der ist schon mal weg. Ja. Kommt ruhig her, ihr Schweine. Ja, ja. Die nehmen wir uns später vor. Der ist auch weg. Und jetzt kommen die Helis, oder? Die kommen irgendwo gleich aufgeploppt. Wetten? Da ist schon mal einer. Und tschüss. Das läuft doch wie geschmiert. Da kommt der Nächste. Der fliegt da rum, ja. Ich habe ihn getroffen anscheinend. Loy. Von hier hinten aus. Alter Schwede. Das war ja richtig ein One-Shot. Da ist jemand. Jetzt nicht mehr. Und da kommt der fettige Bum-Bum-Typ. Ich hoffe, der wird dann von dem Geschütze ausgeschaltet. Ich nenne, dass der uns killt jetzt wieder. Ich glaube, das war der, der uns dann ausgeschaltet hatte. Der fährt Auto. Loy. Kommt der Nächste hier hochgefahren mit dem Tuk-Tuk. Komm hier, bleib stehen. Komm, explodiert das Auto nicht. Das juckt ihn ja gar nicht. Oh, wir haben ihn. Wunderbar. War's das? Das war's. Alter, wir haben es geschafft. Mach Hope wieder groß. Du hast es geschafft. Gute Arbeit. Du und ich werden Montana wieder großartig machen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Bist du meine alte Nancy. Wenn du das County mit dem Truck aufräumst, werden all meine potenziellen Wähler wissen, wer auf sie aufpasst. Oh, und bitte bring Herb Junior nicht zurück. Nie wieder. Okay. Nancy. In Werkstätten freigeschaltet. Cool. Das können wir jetzt also nutzen. Das ist ja geil. Okay, Leute. Ich bin gerade mal zu einem Prepper-Versteck gefahren. Das war in der Nähe. Elliot House. Und das werden wir uns mal ansehen. Fight the Kult. Oder the Kult. Also den... Die Kultisten hier. Die wurden ganz schön fertig gemacht anscheinend von irgendwem. Wahrscheinlich von dem, der das Prepper-Versteck eingerichtet hat. Ist echt so. Okay, wir lesen uns das mal durch. Befehle der Sekte. Tanner. Wir haben von Jacob den Befehl erhalten, Elliot und seine Familie aus ihrem Haus zu entfernen. Sie sind schon zu lange ein Stachel in unserem Arsch. Vergiss nicht, in ihrem Bunker nachzusehen. Dort könnten sie sich verstecken. Tu, was immer du für richtig... Äh, für nötig hältst. Billy. Alles klar. Finde den Bunker. Der Bunker ist wahrscheinlich... Hast du diesen Irren jetzt getötet oder nicht? Anscheinend ja nicht, ne? Die sind ja alle hier, ähm... Hinüber. Die ganzen Kultisten. Und wir müssen jetzt mal gucken, wo der... Bunker sein könnte. Der muss ja irgendwo in der Nähe sein, der Eingang dazu. Und hier ist er auch schon. Richtig? Kann ich das zerschießen, oder was? Ja, moin. Das geht. Okay. Ähm. Wir gehen gleich wieder hin. Ich will nur noch mal im Haus gucken, ob ich da reinkomme. Aber ich glaube eher nicht. Oder doch. Da vorne kann ich rein. Schön. Bist du da? Das ist ne Angel. Cool. Und hier ist ein Brief. Leicht angekuckelte Notiz. Ich weiß, dass du uns gewarnt hattest. Doch jetzt ist es zu spät. Wir dachten, wir würden damit fertig. Aber wir hatten keine Ahnung, welche Ressourcen Jacob zum Einsatz bringen würde. Aber wir werden nicht aufgeben. Das ist unser Land. Bei Gott. Und niemand. Nicht die Regierung. Nicht die Armee. Und ganz bestimmt auch kein religiöser Irrer. Wird uns je davon vertreiben. Zumindest nehmen wir so viele von denen mit, wie wir nur können. Ryan Elliot. Und da ist noch ne Pistole. Ich hoffe, die haben überlebt. Hier ist auch so ein Kultist-Typ. Die sind bestimmt oben. Kann ich mit denen reden? Das wäre toll. Das würde ich feiern. Ähm. Komme ich da irgendwie hin? Da geht es auch noch irgendwie. Da komme ich bestimmt mit dem Bunker. Komme ich bestimmt da hoch oder so. Wetten? Wir gucken mal im Bunker. Kann ich die eigentlich noch plündern? Ne. Ich kann nur die Waffe mitnehmen. Das brauche ich nicht. Dann gehen wir mal hier rein. Okay. Schön runter da. Und da ist ne Karte. Wahrscheinlich, oder? Ja. Finde den Schlüssel zum Bunker. Ja, toll. Wo ist jetzt der Schlüssel zum Bunker? Ja, Leute. Ich probiere das, glaube ich, mal mit Adelaide. Wir werden ihn gerade mal holen. Und dann werden wir mal gucken, ob die uns da hochbringen können. Denn da oben ist ja das Fenster offen. Und eventuell kann ich dann... Hör auf, ich bin am Funkere... Sorry, ich bin gleich da. Äh, ich muss nur noch meine Höschen finden. Oh. Ach Adelaide, kannst du auch ohne Höschen kommen. Ist egal. Da kommt sie auch schon. Durchladen, Schätzchen. Gefahrenverzug. Ja, komm. Komm mal bitte da hin. Sorry, nein. Wie sorry, nein? Wo sollst du hier landen? Verdammt. Du landen hier, danke. Hab die beste Aussicht. Bin direkt hinter dir. Ja, okay. Dann lass es halt. Dann bleib mal so stehen, wenn das geht. Und ich schwing mich da rüber. Jo, das hat geklappt. Perfekt. Komme ich auch hier in die Fenster. Ja, wir sind drin. Das lief doch wie geschmiert. Wunderbar. Wenn ich jetzt hier rausgehe... Geht das? Hier kleben da ein paar Peggy-Klabusterbären am Arsch, Schätzchen. Naja, kein Thema. Die Klabusterbären, die machen schon nix. So. Haben wir hier irgendwas Gescheites? Oh. Rüstung. Das ist nicht schlecht. Hör auf. Blödes Radio. Geht doch. Ah, hier ist noch eine Zeitschrift. Zombie-Comic-Hundstück. Cool. Sehr schön. Aber... Mehr ist ja anscheinend nicht. Deswegen gehen wir mal in das andere Fenster wieder rein. Na komm. So. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von dem Zaun. Das ist gut. Okay, Verstärkung ist auf der Weg. Sollte jede Minute da sein. Hör auf. Ich will keine Verstärkung sehen hier. Und ist das hier der Elite oder was? Das wäre richtig dumm. Wenn der jetzt down wäre. Ist... Okay, draußen ballern sie rum. Hm. Aber wo ist die Karte? Und hier ist nochmal ein Telefon. Okay. Und das ist der Elite hier. Und hier ist die Karte. Elite Schlüsselkarte. Oh nein. Das ist wirklich Elliot. Ach komm schon. Warum? Er hat es so weit geschafft. Und der Typ hat ihn niedergemacht hier, oder was? Drecksack. Mann. Ich wollte ihn doch retten. Guck mal, wie viele Leute er mitgenommen hat. Er hat echt sehr viele. Sehr viele besiegt. Und warum sind hier so viele Gegner? Das war wahrscheinlich die Verstärkung, die er angekündigt hatte, ne? Im Funk. Okay. Das waren schon mal ein paar. Jo, ich denke, es waren alle sogar, oder? Ich kann jetzt gerade keinen... Doch, das sind noch... Ach da. Auf der Seite noch. Naja, komm her. Naja. Laber ruhig. Woher jetzt hin? So. Das dürfte jetzt aber wirklich der letzte gewesen sein, oder? Ich hoffe es doch, Leute. Nieder mit den Kultisten. Blöden Drecksack und dieser scheiß Flugzeugtyp jedes Mal. Dieser Dreckspilot, der manchmal einfach vor die Wand fliegt, aber 30 Sekunden später ist wieder einer da. Aber naja, wir gehen in den Bunker. Mal gucken, was wir so finden. Okay. Und der Mann scheint Adelaide kaputt geschossen, ne? Weil die war eben nicht mehr verfügbar als Gehilfe. Die Verweigerer abgeschlossen. Ein weiteres Prepper-Versteck gehört uns. Und ganz viel Geld. Ein Gehäuse. Eine Zeitschrift. Ja, moin. Was? Danforth Feuerzeug? Cool. Vorteilshäfte. Wunderbar. Das waren ganz schöne Mengen, die wir hier gefunden haben. Und wir haben noch Nägel. Jo, was haben wir hier noch? Ein Gehäuse. Da unten war noch Nitro. Ja, sehr schön. Das sind noch mehr Verschlüsse. Ja, und das war's. Wir haben alles mitgenommen, glaube ich. Jo. Das lief doch ganz gut, ne? Wunderbar. Wir können gerade mal gucken, wie viele Vorteilspunkte wir jetzt haben. Und ob wir etwas investieren können. Aber ich würde halt gerne den letzten Waffenslot freischalten. Und dafür bräuchten wir einen Lieutenant. Oder Leutnant. Ich weiß nur nicht, wo man die herkriegt. Die Lieutenants. Wo sind die denn auf der Karte? Wo kann ich die besiegen? Ja, das ist Wade. Schön für dich. Das ist echt blöd, Leute. Das ist verdammt blöd. Ich würde gerne den Lieutenant besiegen, damit wir das endlich machen können. Xander Flynn. Okay. Ja, gut. Eventuell können wir gerade noch mal ein bisschen durch die Gegend fahren und gucken, ob wir eine Tür überfahren können. Um die Quest zu absolvieren. Dieses Kackflugzeug. Echt. Ja, komm her jetzt. Ich baller dich weg mit dem Geschütz hier. Mach's gut. Hm. Es juckt ihn nicht so. Aber er kommt wieder. Hier kommt das heilige Feuer. Na ja. Komm schon, wir kriegen ihn. Aua. Ey. Ich dachte, er fliegt weiter und er fällt einfach auf mich drauf. Du Drecksack, du. Wow. Scheiße, hab ich mich erschrocken jetzt. Ja, alles klar. Warum? Warum kommen jetzt gerade zwei davon? Nein. Hä? Was war denn das jetzt, Leute? Habt ihr das gesehen? Ich bin auf einmal so... Hä? Das gibt es doch überhaupt nicht. Da besiege ich gerade das Flugzeug. Und genau in dem Moment kommen noch zwei Leute mit dem Auto auf einmal angeschissen. Und dann werden die auf einmal so weggeditscht. Ich verstehe jetzt, warum. Ach genau, wir wollten gerade gucken bei den Vorteilspunkten. Ich habe ja wahrscheinlich... Oh, 41. Elder Schwede. Das sind schon mal ein paar Waffenprofi. Also hier, das unten, werden wir uns auf jeden Fall... Neun Punkte müssen wir uns frei halten für den Lieutenant. Aber sonst könnte man die ja ausgeben. Das könnte man dann hier machen bei Shark... Ne, nicht Sharky. Bei Hörg. Hörg kommt nach Verletzung schnell zurück. Schaltet einen weiteren Platz in einem Team frei. Und mit zwei Helfern auf Abrufe und ein Zip... Ah, cool. Wir können dann zwei auf einmal haben. Also zum Beispiel Peaches und Hörg zusammen. Oder Adelaide als Luftunterstützung und Hörg dann als Bodenunterstützung. Das ist schon ganz geil. Das ist schon echt ganz geil. Aber was können wir sonst noch machen? Geist. Gehe, Sprinte und lande leiser. Das machen wir mal. Zurückwerfen. Schlossknacker. Nahkampfmeister. Das machen wir auch. Können wir gut gebrauchen. Weil wir oft mit der Pistole spielen. Primitiver Meister. Können wir auch machen. Flinke Finger. Das könnten wir auch machen. Takedown Meister. Das machen wir. Aber Erntemeister. Das machen wir. Das ist nämlich sehr gut zum Farmen. Wenn wir Geld verdienen wollen. Und da wir hier unten noch neun brauchen. Dann haben wir noch eventuell noch fünf übrig. Schwarzmarkt Dschungelkönig. Wir machen einfach mal Dschungelkönig. Es kostet zwar sechs. Aber wir haben ja bis dahin wieder genug Punkte zusammen. So. Das soll erstmal reichen für den Anfang. Und wir haben circa 7500 Dollar gerade. Das ist nicht so viel. Aber ist auch nicht schlecht. Ja gut. Dann würde ich sagen, beenden wir das an der Stelle. Und ich versuche nochmal offscreen eventuell so ein paar Tiere zu überfahren. Ich höre ständig von dieser Skylar. Sie ist nicht sicher, wenn sie da draußen immer noch nach ihrem Admiral angelt. Jemand muss mal ein ernstes Wörtchen mit ihr reden. Hm. Skylar Kors. Neuer Charakter entdeckt. Das wird mir eventuell mal in der nächsten Folge erkunden gehen. Lass dich nicht von mir aufhalten. Nö, nö. Jaja, das mache ich. Und das soll es dann für heute erstmal gewesen sein. Und ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Ciao.